Ja, herzlich willkommen zu einem Maya Exchange Update Video. Es gab ja jetzt einige Arbeiten an der Maya Exchange, an der Programmierung und so weiter. Und ich wollte einfach mal ein Update geben zu meiner aktuellen Strategie, beziehungsweise wie sich das so entwickelt hat. Und zwar, ich hatte ja vorher, ich glaube, ich habe 4,7 E-Gold ins Liquidity Mining E-Gold Max getauscht und natürlich diesen Äquivalent auch noch auf der Max-Seite dazugepackt und dort ziemlich viel Rendite rausgeholt, was schon ganz schön krass war. Zum Thema Liquidity Mining werde ich auch noch mal einiges erzählen, beziehungsweise noch mal ein Video aufnehmen, weil das war ja auch eines der ersten Projekte, wo ich selber das Thema Liquidity Mining mitempfunden habe und was das auch bedeutet. Ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt. Ich denke, ich habe es sehr gut verstanden, weil dort werden ja Wertepaare gegeneinander getauscht und je nachdem, wie die im Wert zueinander stehen, wird aus einem Coin mehr und aus dem anderen weniger. Und wie genau das funktioniert, erkläre ich nochmal. Für mich hat das sehr gut in die Karten gespielt, bin 4, also nur um mal das Ergebnis zu erzählen. Ich bin mit 4,7 E-Gold rein. Dann ist zu einem gewissen Zeitpunkt das Verhältnis E-Gold Max richtig gut gewesen, also dass Max stärker war als E-Gold, weil E-Gold gesunken ist. Und dann habe ich 6,2 E-Gold rausbekommen und eine Rendite oder eine Stacked-Rendite von 2,1 Millionen E-Gold plus das, was jetzt noch dazu gekommen ist. Genau, jetzt ist der Preis, beziehungsweise die Marktkapitalisierung der Maya Exchange ordentlich runtergegangen. Ich denke aber, das liegt auch daran, dass viele Leute gerade dieses Verhältnis auch ausgenutzt haben. Das ist halt echt krass gewesen. Hätte ich noch länger gehalten, hätte ich noch viel mehr E-Gold rausbekommen, weil das Ganze funktioniert über Arbitrage-Trading und das werde ich tatsächlich dann auch nochmal im anderen Video erklären, wie das funktioniert. Ich habe jetzt das so gemacht, weil ich das Liquidity-Mining, das ist natürlich schon ein bisschen ein größeres Risiko natürlich auch dabei. Für mich hat das natürlich ordentlich was gebracht, aber ich habe tatsächlich alle meine Rewards locked in den Max-Pool ohne Liquidity-Mining gestaked zu einer höheren Rendite von 819%. Die wird natürlich jetzt mit der Zeit runtergehen, aber das lohnt sich auf jeden Fall nochmal ordentlich. Ich werde jetzt nochmal alles reinvestieren. Das wird jetzt auch meine nächste Strategie sein. Im Endeffekt einfach auf reinvest. Das Ganze kostet dann 21 Cent in E-Gold. Ich muss mal gucken, wie viel ich da jetzt aktuell habe. Genau, also ich habe noch 3,55 E-Gold. Ich habe tatsächlich einen Teil noch, habe ich wieder in mein normales Staking investiert. Ach ja, wichtig auch nochmal dazu und nochmal eine Zusatzinfo. Also ich habe jetzt eine Ecke mehr E-Gold als vorher. Ich bin jetzt momentan im Staking-Pool mit 15,6 E-Gold und die geben dann natürlich die Rendite raus. Ungefähr 14% momentan im Jahr. Und deswegen, warum ich das auch mache, dass das krass ist, also ich, das kurz zu erklären, für, also ich habe selber 700.000 Max geschenkt bekommen, als die, bevor die Maya Exchange Online ging. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr lange gestaked habe. Und es ist so, wenn du eine Menge oder wenn du, wenn du auf jeden Fall stakest in der Elrond Wallet oder in der Maya App, das ist egal. Du kannst gerne auch mal über den Link in der Videobeschreibung dir auch einen Maya App-Account erstellen. Dann bekommst du 10 Dollar E-Gold for free, wenn du 200 Dollar mindestens auflädst. Wenn du stakest, wird ein Snapshot gemacht für bestimmte Projekte. Also ich habe das jetzt auch wieder gehört, das ist für einzelne nächsten Projekte, die auf dem Launchpad laufen. Also Elrond hat die, das Maya Launchpad, also jetzt lief auch Holoride drüber, die werden auch bald auf der Exchange verfügbar sein. Also es wird hier auch einen Pool geben, es wird hier auch einen Farming Pool geben, den du nutzen kannst mit Holoride zu E-Gold. Da wird es in den ersten 30 Tagen wahrscheinlich auch ordentlich Rendite geben, also das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch meine E-Golds erstmal beiseite und werde dann auch hier raus, so aus meinem Pool, hier nochmal eine Ecke rausziehen, um die dann zu staken bzw. Liquidity Mining zu machen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, wenn du hier stakest, wird auch ein Snapshot über 12 Wochen, also so war es zumindest beim letzten Mal, eventuell auch für weitere Projekte gemacht. Das heißt, die Projekte, die dann auch hier gelauncht werden, kann es sein, dass du dann Coins geschenkt bekommst für die Menge, die du stakst oder für das, was du halt dem Netzwerk zur Verfügung stellst. Also für mich waren es halt wie gesagt 700.000 Max-Coins, was schon ganz schön viel ist, im Anbetracht dazu, wo man natürlich jetzt nicht weiß, in welche Richtung das geht bzw. wie viel das dann später wert sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass so wie das Team daran arbeitet, also ich habe das ja nachverfolgt und ich bin ja auch in vielen Gruppen drin und habe mir das alles angeguckt, die sind ja sehr, 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 sehr gut unterwegs. Und ich habe jetzt auch nochmal ein weiteres Projekt investiert, das jetzt auch über die Elrond-Blockchain läuft, da werde ich in einem der nächsten Videos auch nochmal was zu erklären. Und zwar ein NFT-Marktplatz, der über die Elrond-Blockchain läuft, der richtig geil aussieht bzw. auch geile Features hat. Und da gibt es auch einen Pre-Sale momentan für und es ist schon erstaunlich. Und ich habe halt von meiner Elrond-Wallet auf die Maya-App überwiesen und das ging innerhalb von einer Sekunde. Und bezahlen auch mit der Maya-App ist so einfach, das zeige ich dann in dem anderen Video auch nochmal. Also das Projekt ist schon echt richtig geil. Also das ist auf jeden Fall meine Strategie. Ich werde jetzt erstmal alles hier in Max reinvestieren die ganze Zeit und sobald Riot E-Gold verfügbar sein wird, werde ich einen Teil davon rausziehen. Das kannst du ja hier rausziehen und dann wird sich das sicherlich sehr gut lohnen. Das ist mal ein kurzes Update zur Maya-Exchange und die Ergebnisse und Renditen, die ich daraus gezogen habe. Also ich habe einen sehr großen Plus gehabt. Also ich schätze, wenn ich das jetzt umrechne, in zwei Wochen von 3000 Dollar ungefähr. Was erstmal nicht schlecht ist. Bis zum nächsten Mal. Erst seit heute Bis zum nächsten Mal.